Lieber ISF Zug 7, es ist soweit. Einige eurer Kameraden haben einen hohen Preis für ihr Engagement bezahlt. Es ist eine Herausforderung, ein Abenteuer, wenn man so will. Ich persönlich mache das nicht aus politischen Gründen. Es sind die Erfahrungen und das Abenteuer. Es wäre schlecht, ohne Beine zurückzukommen. Aber man kann auch einiges ohne Beine machen. Bitte, pass auf dich auf, mein Schatz. Verdammt, du Schweine, Mann! Fuck, war das geil. Das werden wir nie vergessen. Fuck, war das mega geil. Dann habe ich sie gesehen. Hier, reichelt. Wo sind sie, diese Bastarde? Fertig, Feuer! Ich kam mit der Einstellung, dass es im Krieg auch Verluste unter der Zivilbevölkerung gibt. Als es mir passierte, war es etwas völlig anderes. Wenn man wirklich in so einer kleinen, abgeschlossenen Welt leben kann und jeden Tag in den Fernsehnachrichten vom Tod tausender Menschen hört, berührt einen der Tod eines kleinen Mädchens hier unten doch nicht. Lasst uns in Anerkennung unserer drei toten Kameraden gedenken und sie mit einer Schweigeminute ehren. Offensichtlich hat jemand seine Eltern angerufen und ihnen erzählt, wir hätten verwundete Taliban liquidiert. Ich will wissen, ob jemand der Meinung ist, dass wir das gemacht haben. Wir haben die Pflicht, in ihre Fußstapfen zu treten, da unsere Regierung ihren politischen Kurs festgelegt hat. Es ist nicht, um ihnen zu helfen. Es hilft kein bisschen. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!